Hallo ihr Lieben, ich möchte mit euch heute einen Spülschwamm stricken, den ihr aber auch als Waschlappen benutzen könnt fürs Bad, weil das einen tollen Peeling Effekt hat. Und zwar verwende ich hierfür die Wolle von Schachenmeyer Kleene. Und ihr seht, die hat so Fasern, die abstehen. Und damit kann man wunderbar solche Spülschwämme häkeln oder auch stricken. Ich werde heute einen stricken. Und ich mache es nur ab. Ich habe mich jetzt für zwei Farben entschieden, weil ich werde das Ganze in einem sogenannten Bubble Muster machen. Und zwar habe ich hier einmal die Farbe Türkis und Sonnengelb. Und 50 Gramm haben da 43 Meter, geeignet für die Nadelstärke 4 bis 5. Ich werde das allerdings hier mit einer 3,5er stricken, weil meine 4er Nadel auch gerade in Verwendung ist und ich sowieso relativ locker stricke. Und das Ganze ist auch bei 60 Grad. Am Ende braucht ihr noch eine Häkelnadel, weil wir dann noch einen Rand umhäkeln. Und die Materialangaben stelle ich euch unten in die Videobeschreibung, wie immer. Für den Spüllappen braucht ihr eine Maschenanzahl bzw. für das Muster, was teilweise durch 4 ist, plus 3, plus 2 Randmaschen. Ich habe mich jetzt für 20 Maschen entschieden, plus 4 wären dann 24 und plus 3 sind 27. Also werde ich jetzt 27 Maschen anschlagen. Für mein Muster, für dieses Bubble Muster, sollte die Maschenanzahl teilweise durch 4, plus 3 und noch plus 2 Randmaschen sein. Also ich werde jetzt 16 Maschen anschlagen, das ist teilweise durch 4, plus 3 sind 19, plus 2 sind 21. 21 Maschen schlage ich an. Wer noch nicht weiß, wie ein Maschenanschlag geht, den verlinke ich auch unten ein Video, wo ich das Ganze nochmal ganz langsam erkläre. Und ihr schlagt jetzt auch einfach 21 Maschen an. Hier habe ich jetzt meine 21 Maschen angeschlagen und die Randmaschen, das ist immer die erste und die letzte Masche, stricken wir bei jeder Reihe rechts. Also Randmasche rechts. Ich habe übrigens zu dem Bubble Muster schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch auch unten, da erkläre ich das auch nochmal ein bisschen langsamer. So, und jetzt stricken wir einfach 5 Reihen im Glattrechtsmuster. Wir beginnen allerdings mit einer Rückreihe. Das heißt, hier stricken wir nur linke Maschen. Also fad nach vorne. Und linke Maschen einstechen. Und linke Maschen stricken. Also für diesen Schwamm sollte man natürlich rechte und linke Maschen schon stricken können. Für absolute Anfänger empfehle ich mein Video zu den Grundlagen des Strickens. Da habe ich auch eine Playlist, die ich euch unten verlinken kann. Und das macht ihr jetzt bis zum Ende der Reihe. Nur linke Maschen. Bis auf die Randmasche. Am Ende der Reihe habe ich noch 2 Maschen übrig. Diese eine stricke ich jetzt noch links. Und die Randmasche, wie gesagt, immer rechts. Das war jetzt Reihe Nummer 1. Jetzt kommt Reihe Nummer 2. Und im Glattrechtsmuster stricken wir, wie die Maschen erscheinen. Das heißt, hier stricke ich jetzt nur rechte Maschen. Randmaschen werden ja sowieso rechts gestrickt. Und dann strickt ihr einfach rechte Maschen runter. Und dafür einstechen und eine rechte Masche stricken. Und auch das wieder bis zum Ende der Reihe. Reihe Nummer 3 ist dann wieder eine Reihe mit der linken Maschen. Achtet drauf, die Randmaschen am Anfang und am Ende rechts. Die 4. Reihe ist dann eine Reihe mit rechter Maschen. Und die 5. Reihe wieder eine Reihe mit linker Maschen. Und dann sehen wir uns schon wieder. Ich habe jetzt 5 Reihen in Glattrechts hoch gestrickt. Meine 5. Reihe war nochmal eine Reihe mit linker Maschen. Dann habe ich gewendet. Und jetzt könnt ihr auch schon so ein bisschen hier diese schöne Schwammstruktur von diesem Garn erkennen. Sieht wirklich ganz toll aus. Und jetzt wechsle ich die Farbe zu meinem Sonnengelb. Dafür nehmt ihr euch die neue Farbe und lasst du 10 cm hängen. Nimm den Faden auf und haltet euch den hier einfach hinter die Arbeit. Und stricke jetzt die erste Masche wieder rechts. Das ist ja noch unsere Randmasche. Und hier immer schön nochmal festziehen an beiden Fäden. Dass die Masche eng wird. So und jetzt wird ganz normal weiter gestrickt. Aber jetzt in dieser Reihe entstehen jetzt unser Bubble Muster. Und dafür stricken wir immer 3 Maschen rechts. Und dann stricken wir 5 Maschen tiefer. Das zeige ich euch gleich. Also 3 Maschen rechts. 1, 2 und 3. Und jetzt, weil der nächste Masche stricke ich nicht hier wie gewohnt ein, sondern 5 Maschen tiefer. Das wird jetzt, ja, hier in der Kamera ist das ein bisschen schwer mit diesem Garn. Ich hoffe ihr erkennt es. Wenn nicht, wie gesagt, schau euch das andere Video an mit dem Bubble Muster. Dann benutze ich normale Wolle. Und dann könnt ihr es besser sehen. Weil jetzt, wenn ihr es direkt vor euch habt, erkennt ihr die Maschen schon gut. Bloß durch die Kamera ist das jetzt etwas schwer. Also ich steche nicht hier ein. Sondern 5 Maschen tiefer. 1, 2, 3, 4, 5. Und da geht ihr jetzt einfach durch. Holt euch den Faden. Und, jetzt ist mir eine schon abgerutscht. Ich zeige es euch gleich nochmal. Und die Masche, die jetzt gerade auf der Nadel war, ist mir jetzt gerade schon abgerutscht. Die hebt ihr dann auch ab. Und dann löst sich die Masche. Aber wir haben die ja mit dieser Masche schon aufgefangen. Ich zeige es euch jetzt aber gleich nochmal. Also immer 3 Maschen stricken. 1, 2, 3. So. Also und jetzt nicht in die Masche einstechen. Sondern 5 runde. 1, 2, 3, 4, 5. Faden holen. Und jetzt die Masche ab, weil die ist ja jetzt gesichert, dadurch, dass wir 5 Reihen tiefer eingestochen haben. Und ihr könnt es ja hier auch ruhig ein bisschen so aufzirpeln. Und dann wieder 1, 2, 3 und 5 Maschen tiefer. Also ihr erkennt das wirklich besser, wenn ihr das hier im Original vor euch habt. Und hier 1, 2, 3, 4 und in die 5. Einstechen. Faden holen. Und abheben. Das bis zum Ende. 1, 2, 3. Und wieder 5 Maschen tiefer. 1, 2, 3, 4, 5. Also ruhig, wie gesagt, das andere Video nochmal anschauen, wenn ihr das jetzt nicht ganz genau erkennen könnt. Und abheben. So, und am Ende bleiben jetzt hier in der 6. Reihe immer noch 4 Maschen übrig. Davon stricken wir die nächsten 3 rechts. Und die letzte ist unsere Randmasche. Auch die stricken wir rechts. So, das war jetzt die 6. Reihe. Insgesamt gibt es übrigens 12 Reihen und die wiederholen sich dann immer. Und nun stricken wir eigentlich wie am Anfang auch jetzt wieder 5 Reihen im Glattrechtsmuster. Und wir beginnen auch hier wieder mit einer Rückreihe. Das heißt, hier strickt ihr jetzt einfach nur linke Maschen bis auf die Randmaschen. Die stricke ich rechts. Und dann alle Maschen links. Und die Randmasche wieder rechts. Danach wendet ihr die Arbeit. Und dann kommt Reihe Nummer 8. Da strickt ihr dann wieder alle Maschen rechts. In der 9. wieder alle links. In der 10. alle rechts. Und in der 11. alle links. Und dann sehen wir uns wieder. Und dann zeige ich euch nochmal dieses Bubblemuster. Das wird dann nur einmal versetzt. Aber auch das ist nicht schwer. Jetzt einfach 5 Reihen im Glattrechts stricken. So, ich habe jetzt wieder 5 Reihen glattrechts gestrickt. Ich habe jetzt mit einer 11. Reihe geendet. Das war nochmal eine Reihe mit linker Maschen. Und jetzt wechsle ich wieder zu meiner türkisenen Farbe. Da hebe ich mir jetzt einfach den Faden hoch. Das gibt zwar jetzt längere Spannfäden. Aber das macht nichts. Weil wir am Ende sowieso noch einen Rand häkeln. Und das Ganze umranden. Wo man das dann später nicht sieht. Ihr könnt es natürlich aber auch abschneiden. Und immer wieder neu ansetzen. Oder auch in dem Video mit dem Bubblemuster. Was ich euch reinstelle. zeige ich euch auch noch eine Variante. Wie ihr den Faden am Rand mitführen könnt. Aber für diesen Waschlappen reicht das jetzt völlig aus. Guckt halt nur, dass ihr hier nicht zu feste zieht. So, auch die 12. Reihe beginnt mit einer Randmasche. Und diesmal versetzen wir das Ganze. Das heißt, wir stricken jetzt nicht drei Maschen rechts. Sondern nur eine Masche rechts. Und die Bubbles, die jetzt dann gleich entstehen. Da werden wir jetzt immer an der Spitze von der Vorgängerbubble die nächste Blase beginnen. Also die 12. Reihe. Eine Randmasche. Eine Masche rechts. Und jetzt stechen wir bereits fünf Maschen tiefer ein. Auch hier. Nicht hier rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und einfach durchstechen. Und wieder den Faden holen. Wie gewohnt. Auf die Nadel. Und die könnt ihr fallen lassen. Und so ein bisschen aufrippeln. Und auch hier stricken wir wieder dann drei Maschen rechts. Jetzt wie hier gehabt. Und die nächste wird dann wieder tiefer gestochen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Richtig in die Masche rein. Den Faden holen. Und abheben. Und tiefer gestochen. Und tiefer gestochen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und auch das jetzt wieder bis zum Ende der Reihe. Drei Maschen stricken. Und dann fünf Maschen tiefer einstechen. So. Und die zwölfte Reihe endet hier immer mit drei Maschen. Hier habe ich gerade drei Maschen gestrickt. Jetzt kommt wieder die tiefer gestochene. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Abheben. Und dann bleibt immer noch eine Masche übrig. Die war recht. Stricken. Und eine Randmasche. So. Und das waren jetzt die zwölf Musterreihen. Jetzt wird das Ganze einfach wiederholt. Also wir beginnen mit Reihe. Mit der ersten Reihe linke Maschen. Und dann zweite Reihe nur rechts. Dritte links. Vierte rechts. Fünfte links. In der sechsten werden dann die Bubbles gebildet. Also da in Reihe Nummer fünf erst eine Randmasche. Dann stricken wir drei Maschen, dann eine tiefer. Drei Maschen, eins tiefer. Dann wieder fünf Reihen glatt rechts. Und in der zwölften Reihe beginnen wir mit einer Randmasche. Stricken nur eine Masche rechts. Und dann tiefer. Und da strickt ihr jetzt so lange hoch, wie ihr euer Muster haben wollt. Ich sage euch das gleich, wie weit ich stricke. Wichtig ist nur später fürs Abketten, dass ihr entweder nach einer ersten Reihe, abkettet oder nach einer siebten. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Ich habe das Ganze, das ist insgesamt dreimal zwölf Reihen hochgestrickt. Und habe jetzt hier jeweils eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf solcher Blasen. Und von der Größe sind es circa vierzehn Zentimeter nach oben und vierzehn Zentimeter hier in der Breite. Also ist es fast quadratisch. Jetzt ketten wir das Ganze ab. Ich habe gesagt, wie gesagt, dreimal zwölf Reihen hochgestrickt. Habe jetzt, wenn jetzt hier in der ersten Reihe, die ich gerade zu Ende gestrickt habe, jetzt würde Reihe Nummer zwei kommen. Und ich habe ja vorhin gesagt, abketten immer nach einer ersten oder nach einer siebten Reihe. Ich kette jetzt hier nach der ersten Reihe ab, also in Reihe Nummer zwei. Und das Abketten macht ihr, wie ihr das vom Stricken her auch kennt. Also ihr strickt zwei Maschen rechts. Und zieht dann die untere über die obere. Dann wieder eine Masche rechts und die untere hier rüberziehen. Eine Masche rechts und rüberziehen. Und das komplett die ganze Reihe. Und so wird das Stück dann abgekettet. So, und hier habe ich meine letzten beiden noch gestrickt. Dann ziehe ich auch die letzte rüber. So, jetzt könnt ihr den Faden abschneiden. Und dann zieht ihr, auch den gelben könnt ihr auch abschneiden. So, dann zieht ihr jetzt einfach die Schlaufe hier etwas länger. Nehmt eure Häkelnadel. Und zieht dann das Ganze noch einmal durch. So, das Ganze ist jetzt abgekettet. Und nun zeige ich euch noch, also ihr müsst natürlich jetzt die Fäden hier noch vernähen. Das würde ich jetzt am Anfang machen, weil wir dann später, wenn wir den Rand häkeln, das dann umhäkeln können. Also einfach jetzt hier die Fäden an der Seite noch vernähen. So, jetzt habe ich hier bis auf einen Faden alle vernäht. So sieht das von vorne aus. Von hinten sieht das so aus. Ihr könnt natürlich auch zweimal solche Teile stricken und die dann jeweils links auf links übereinander legen. Dann habt ihr den Schwamm noch etwas fluffiger und habt dann auf beiden Seiten jeweils hier diese Bubble-Seite vorne. Und dann würdet ihr einfach die beiden Teile zusammenhäkeln. Ich habe das jetzt aber nur einfach gemacht. So, und zum Zusammenhäkeln stecht ihr jetzt hier an irgendeiner Ecke zuerst ein. Und ich werde jeweils hier immer vier Maschen pro Farbe häkeln, vier feste Maschen. Und hier oben sind es ja insgesamt 21 Maschen, die wir angeschlagen haben. Also hier 21, hier 21. Und auf der Seite auch jeweils in diesen Zwischenräumen, wo die Farbe wechselt, immer vier feste Maschen. Ihr geht irgendwo rein mit der Häkelnadel. Holt euch den Faden, macht eine Luftmasche und in dieselbe nochmal eine feste Masche. Ich zeige es euch gleich nochmal. Ich habe mich jetzt hier für blau entschieden. Ihr könnt natürlich auch das Ganze in diesem Sonnengelb umhäkeln, wie ihr das möchtet. So, insgesamt vier, eins, dann mache ich meine zweite hier rein, Faden holen, ich habe zwei Schlingen drauf, abmaschen. Das ist eine feste Masche. Eins, zwei, dann gehe ich mal hier noch rein, drei, zwei Schlingen durchziehen, eine feste Masche. Und hier mache ich meine vier, wo das einigermaßen regelmäßig ist. Dann kommt jetzt hier meine grüne Farbe oder meine blaue Farbe. Auch hier häkle ich vier feste Maschen. Und dann gehe ich hier rein, eins, zwei, drei, und die vierte mache ich hier am Übergang. Und so macht er das jetzt immer bis zum Ende. Immer circa vier Maschen rein. Und hier an der Ecke, dass ihr da besser rumkommt, werden wir dann drei feste Maschen häkeln. Das zeige ich euch gleich nochmal. Jetzt bin ich hier am Eck angekommen und hier am Eck häkle ich insgesamt dreimal in dieselbe Masche, dass wir um die Ecke kommen, also eins, da stelle ich in dieselbe nochmal ein, zwei, und ein letztes Mal in dieselbe, drei. So, dann gibt es hier eine schöne Ecke. Und hier haben wir ja gesagt, auf der Seite stricken wir eine Masche nach der anderen. Das sind also circa 21 Maschen. Da erkennt ihr das dann auch besser, wo ihr einstechen müsst. Und auch das wieder komplett bis zum Ende der Reihe. Hier in die letzte häkelt ihr wieder drei rein, um um die Ecke zu kommen. Dann hier bei den Farben würde ich wieder jeweils vier Maschen pro Abschnitt machen. Hier wieder drei. Und dann hier unser 21 noch von unserem Abkentrand. Und dann kommen wir hier wieder an. So, und wenn ihr dann ganz drumherum seid, habe ich hier in die letzte nochmal drei Maschen für die Ecke gehäkelt. Jetzt geht ihr in die erste Masche rein. Macht eine Kettmasche, also Faden holen, gleich wieder durch. Und jetzt schneide ich noch nicht ab, weil jetzt häkle ich einfach noch einen Luftmaschenbogen, um den dann als Aufhänger zu benutzen. Dafür macht ihr einfach eine Luftmasche. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich denke, das dürfte reichen. Genau. Und dann geht ihr wieder in dieselbe Masche rein. Und macht wieder eine Kettmasche. Dann habt ihr hier noch so eine kleine Schlaufe. Jetzt könnt ihr den Faden abschneiden komplett. Und noch einmal durchziehen. Und dann natürlich hier auch die restlichen Fägen vernähen. So. Und fertig ist dann euer Spülschwamm. So sieht das Ganze dann aus. Könnt ihr auch noch so ein bisschen hier in Form bringen. Das, wie gesagt, ist jetzt nur ein Beispiel. Ihr könnt mit diesem Material natürlich auch andere Schwämme stricken oder auch häkeln. Ich meine sogar, dass hier auf der Innenseite gibt es so eine Anleitung, wie ihr hier so ein Herz machen könnt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald. Eure Maschenmarie. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen.